GameKeys GameCards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Hallo Hallo Youtube Hier ist euer THC mit Toastbrot gehen die Wand und heute spielen wir The Adventures of Van Helsing Ja das ist so ein Diablo Klon wie ich es mitbekommen habe bei Steam zu klauen zu kaufen natürlich dafür um die 13 Euro ist auch das erste Spiel von Neo Core Games das aller erste Spiel darum werde ich das Spiel auch nicht allzu hart irgendwie kritisieren ich werde schon meine Meinung dazu sagen aber ich werde hier nicht irgendwie noch zu schlecht reden irgendwas weil das erste Spiel ist nie immer das beste aber ich habe mir mal gedacht ab dem ich bin ja auch ein recht großer Diablo Fan habe mir dann gedacht ok scheint interessant zu sein hat eben auch ein paar eigene Dinge drin und so aus dem Grund habe ich gedacht ich kaufe es mir habe es mir gekauft und da habe ich gedacht Moment mal das kennt vielleicht keiner ich habe mir gedacht ich habe ein YouTube Video um euch vielleicht sogar einen kleinen Geheimtipp hier verbreiten zu können es gibt hier links zwei Einstellungen hier Charaktere und Online Charaktere jetzt folgendes der Online Charakter kann nur online mit euren Freunden gespielt werden ihr könnt also nicht offline also offline spielen wie ein Diablo das heißt also alleine spielen und dann mit Freunden oder so sondern ihr müsst für jeden Dinge hier eben ein eigenes also hier die Charaktere hier sind dann nur für den Einzigspieler und die anderen könnt ihr nur mit Freunden spielen mit der Hoffnung es soll nicht gecheatet werden ja das kann man nehmen wie man will aber wir erstellen mal einen hier nennt ihr natürlich in Singleplayer Motion und THC wie immer nehmen normal einfach mal zum Kennenlernen Hardcore nicht Hardcore sondern ich tut es gerade das Endgültige also wie bei Diablo erstellen wir hier gibt es natürlich auch hier gibt was können wir denn hier quasi hier die Farbe Einziges nur für den Rahmenpacker hält ich Aha das sind so verschiedene Skinfarben die der Held haben kann ja was gefällt uns denn kann ich den denn kann ja niemand reden ja das ist jetzt Farben Farben ok ja das gefällt mir so ja ok spiel spiel starten wir mal ich spiel aber warum jetzt Einzigspieler und mehr Spiele hä das ist immer wild auch den Charakterdingen hier und mäh es alles die 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 ok haben wir hier lädt er hier irgendwo sind noch ein lade dinge hier ja wie schön das vorladen würde ach das blut ist der ladeweil katharina schütteln m so wie sie es haben mit dieser menschen ich kann mit er zwischen schusswaffen also fernkampf und nahkampf er wechseln ihr habt ihr Leben Mahner was diese spiel angeblich laut der Werbung eben ausmachen soll sein natürlich hier die um ja man sagen um und das schon er die freies Kilo man kann sich ja so wirklich selbst entscheiden sich entwickelt ob man nahkampf oder fernkampf wird finde ich es aber noch recht cool oh ja momentan scheint mir die Pistote nicht all zu stark zu sein aber irgendwie fühle ich mich wie so ein Diabloser hier direkt zu hause aber wie lady katharina schaden allein entschuldigung youtube mir ist das spiel abgeschmiert aber nichts ist so trotz hat er spiel direkt oh mein das war schuldig ich bin wirklich beeindruckt sie haben ja auch ein Gefühl von Theatrix schön wir können trotzdem fliegen über den Chasm wirklich? ach ach das ist alles meine das ist alles meine das ist alles meine auf jeden Fall ist mir das Spiel gerade etwas abgeschmiert äh sehr schade aber es hat genau da weiter gemacht wo ich aufgehört habe wo es abgestürzt ist könnt ihr euch noch daran erinnern äh ja das Video wird natürlich zusammengeschnitten sollte ja eigentlich nicht in einem Spiel passieren weil ich will ja hier nicht zu stark kritisieren und dann läuft er recht super hier keine Punkte verfügbar wie jetzt drücke wo ich das ne will ich keinen keine Punkte verfügbar ja aber schlecht übersetzt ja nämlich Punkte wir können hier eben wie immer die fünf Statistiken erweitern Glückgeschehen Erfolg hoher Glückgeschehen Gold ok im Körper im Lebenspunkt ok wo stehen ich die ah Schicklichkeit Fernkampfschaden hier da schütze ich ja eben am liebsten drauf ähm dann gab es noch die anderen hier sind die das ist Skilltree ähm hier kann man dann eben für unsere Skilltree es gibt ja drei Stück hier Tricks und Auren also hier gibt es irgendwie noch ja irgendwo aber das ist passiv achso passiver Effekt dann geht es eben hier für Schusswaffen und für den Nahkampf ich ziehe zwei Sekunden ich muss nochmal schaden da haben wir zwei Skillpunkte dieser Schuss ist für den Aufprall aha ok da habe ich jeden Punkt die sind auswählbar oder aha der Schuss ok das ist auswählbar Truie cool ist auch hier der Schuss kann explodieren ne sehr awesome ok oh man direkt mal umhauen diese bösen bösen Bölfe also Schreine ja man merkt schon dass es ein Diablo abgebucht ist aber das ist vollkommen egal also ich fühle mich jetzt also spielerisch schon auf Diablo aber ich fühle mich nicht so wie soll man sagen ich habe vorhin Diablo gespielt aber ich fühle mich nicht übersättigt fühlt sich eben dennoch ein Stück weit anders an wobei man eben einen coolen Typ mit einem Boot spielt und dann noch Fanghelsing ja er muss noch das immer wieder neu auswählen aha okay stirbt oh Gesetzlose das ist jetzt hier Elite da ich habe keine Heilungsfotionen stirbt einfach ahah 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 5 Punkte Schwierigkeit Willenskraft hier macht eine Willenskraft Mana okay Glück ist natürlich das Gold okay ne wieder 4 Punkte Sprengschuss was ist das denn hier Blitz Blitz das ist Zorn okay da kann man nur einen reinsetzen Mindest äh Fähigkeits Punkte so hier nochmal was rein so es erhöht sich der Schaden ansehen veröbsern Boni werden freigestellt also sind so Titel maximal schon Zorn Angriff kritische Trifte gegen jeden Feind wenn ihr sterbe die Physik und Körper los so Sammler erhält Eltern Süße mit Tat Dinge ok ah das ist ok finde es gar nicht auch so schlecht und da droppen wir schon wieder die nächsten Sachen Manuschutz Zauberkraft ich habe hier sonst nichts an Schutz ist das stumm gut Gewehrchen da habe ich ja noch gar nichts an schlechter als meines ok ah dann kann ich mir so ein Gewehr rumlaufen das ist ja cool es läuft bei mir sehr flüssig mit äh mit äh mit äh 26 Bilder gute Nachricht wenn man hier mit der Shift-Taste drückt also man muss eigentlich immer diese normalerweise diese Leute anklicken also mit der linken Maustaste zum eben schießen aber ich kann einfach auch Shift drücken und links dann schießt er auch einfach automatisch in die gewünschte Richtung also auch wie in Diablo also ich muss jetzt ehrlich sagen für das erste Spiel der Firma ist ich finde ich sehr gut umgesetzt also ich würde weniger erwarten Ghost so ein Verbrauch zu spenden der Rest und meine es ist so es ist 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 Stufenaufstieg die kann ja auch noch mal Stufenaufsteiger ach du meine Güte fair die Köln 9 Aha sie kann Schutz Bravior Gold Heiltrink Mana So ist es auch hier Ach Loy Sieht schon lustig aus wenn man Schutz Sie kann es auch noch tragen Bei ihr sieht man es aber nicht Hier kann man auch noch skillen Geschicklichkeit Okay Nun zu den Eventablas bekommen Neue Anordnung Ach awesome So will ich das ja auch Da hat jemand auf die Community gehört Also mir gefällt es bis jetzt sehr Wie gesagt ist das Team zu haben Ich würde das sogar gerne Let's Play Das gefällt mir sogar so sehr Müsst ihr schreiben wenn ihr das als Let's Play mal haben möchtet Wenn euch das jetzt mal so zusagt oder Wenn er sagt äh er wird über Diablo Oder sonst gespüren Ja 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 Dann 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 Nein, ich habe nicht gesagt, du, m'lady. Die unendete Nobility von Borkover sind immer willkommen zu hauen hier. Aber du, mit der Van Helsinghatt. Wir haben nicht deine Schwäte hier, mit deinen Weapons und bad manners. Ich bin ein Monster Hunter. Natürlich bist du. Oder du bist ein Troublemaker. Oh, du musst nicht über meine... ...Servant. Ich habe ihn auf einem Schöpfleisch. Katharina. Vielen Dank, m'lady. Du kannst passen und dein Mannservant auch. Wir sprechen später. Okay, nicht mich nicht mehr. Karte. Wir drücken wahrscheinlich auf M hier, genau. Buchhändler. Warte, fuck. Wie stehen denn die Gegenstände oben hinein? Aha, da kann man so... lagern. Auf Lager steht, ist das gemeint. Oh, stehen meine Moneten, ich stehen meine Moneten. Verkaufen, 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 verkaufen. Ja, haben wir begriffen. Zurückkauf. Ein Schutz. Ein Schutz. Okay. Schutz, Schutz. Gut, das ist jetzt alles übertrieben. Das braucht nicht. Ach, um... Ja. Deutsch-Ubersetzung. Wie kostet das denn? Drang 81. Okay, nehmen wir mal mit. So. Aha, das ist ein Lager von mir. Oh. Sorry, Kaffee Geku. Das ist ja cool. Und jetzt noch so ein Teleporter, hä? Ja, das ist alles wie bei dann Diablo. Können Sie das bitte wiederholen? Okay, vielleicht später. Dr. Schrieg. Ja, Leute, also... Hier endet man, also ich war ziemlich lange hier dran. Wenn euch das gefallen und mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Sagt mir doch, was ihr von diesem Spiel hier erhaltet. Und ob ihr vielleicht was auch anschaffen möchtet, diesen Diablo-Klon. Ja, Diablo-Klon, böse gesagt. Nein, aber das war es mir wieder von OM-TLC mit einem neuen Gameplay von The Adventures of Van Helsing wie ins Richtung Farbe. Ja, bis demnächst. Und vergiss euer Toastboot nicht.